Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von FIFA 19 The Journey Champions. Ja, es geht los, FIFA 19 ist jetzt raus und wir fangen an mit dem Let's Say The Journey Champions. Der dritte Teil von The Journey mit Alex Hunter, diesmal aber mit drei Hauptcharaktieren, nicht nur Alex Hunter, sondern auch, wie ihr seht, Danny Williams als auch Kim Hunter. In den letzten beiden Staffeln, kann man so sagen, oder Saisons, war ja eher Alex Hunter Mittelpunkt, Danny Williams war in beiden, so ein bisschen im Mittelpunkt. Kim Hunter ist ja erst in den zweiten Journey mehr aufgetaucht, wo es dann herausgefunden wurde, dass sie die Halbschwester von Alex Hunter ist. Und wie gesagt, alle drei bekommen ihre Hauptstories und können sich auch überschneiden. Natürlich war jetzt auch die Frage, wie ich das ungefähr vorgehen werde. Ob ich jetzt erstmal Alex Hunter durchspiele, dann Danny Williams, dann Kim Hunter. Nur dadurch, dass sie sich halt überschneiden, werde ich es halt, wie es auch empfohlen wurde von, ich meine auch von EA, es eher nacheinander zu spielen, weil es einfacher ist. Und wie gesagt, bezüglich den überschneiden, weil wenn ich zum Beispiel jetzt Alex Hunter spielen würde nur, und dann ist dann in der Zwischenzeit auch was mit Danny Williams passiert. Und dann gibt es halt Sachen, wo Danny Williams erzählen will, wovon wir ja nichts wissen, weil wir es ja nicht gespielt haben in dem Sinne. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen sinnvoll erklärt. Deswegen versuche ich das halt alles nacheinander zu spielen. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in The Journey Champions. Ja, ich muss das gerade runterladen. So, Grundeinstellung, Dialog. Frasianisch, das ist Portugiesisch, Französisch. Machen wir Deutsch. Äh, der derzeit ausgeht, kann aus der Playstation Store gedownloadet werden. Untertitel, ja, können wir machen. Und ja, The Journey starten. Ähm, der Zeitzeug, oh. Ja, ich muss das gerade runterladen. Einen Moment. So. Jetzt müsste es gehen. Genau, The Journey wird gestartet. Ich habe das jetzt gerade installiert, hat so 5 bis 10 Minuten gedauert. Ein Gigabyte, das geht ja noch, wenn man schnelles Internet hat. Ja, mal sehen, wie es aussieht. Bisher bei The Journey. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. Und da ist er. Mit 17 Jahren hat er bereits erreicht, was andere Spieler nie erreichen. Ich bin bereit, komm schon. Ich spiele einfach gern Fußball. Das ist alles, was ich kann. Viel Erfolg in der neuen Saison. Danke. Interessante Fotos, auf denen Alex Hansa in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das ist ganz anders abgelaufen. Wir wurden verarscht. Michael! Du hast meine Karriere aufs Spiel gesetzt, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt denn dann? Alex, das kann dir echt helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Es ist die Chance für einen Neubeginn. Hey Mann, willkommen in L.A. Das hier ist eine komplett andere Welt. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Das war doch nur eine kleine Ausnahme. Oh, da komme ich. Schön, dich zu sehen. Danke für die Einladung. Rekordtausch nach dem Spiel? Ja, was dich vielleicht machen. Du spielst grandios, Mann. Mach einfach weiter so. Lass dich nur nicht zu sehr von diesem Hollywood-Spektakel ablenken, okay? Dad, willst du sagen, das ist meine Schwester? Alex, du spielst Fußball. Ja, liegt im Blut. Ich muss mir das alles hart erkämpfen. Aber ich liebe den Fußball. Wow, 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 wow. Unser Heimkehrer aus dem schönen Hollywood. Alle behalten mich im Auge und erwarten, dass ich der nächste Alex Hunter werde. Für dich ist die Zeit gekommen, diese Witze sein zu lassen. Es ist an der Zeit, dass du dir Respekt verdienst. Ein paar der Top-Clubs aus Europa haben offenbar Interesse an dir. Atletico, ESG, Bayern. Alex, ich bin der Trippi Janora. Ich möchte mit dir über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, wo sind wir jetzt? Nein. Das hundertste Tor lässt auf sich warten. Wie war's, Jimmy? Nicht länger als die ersten 99. Ich glaube ja nicht, dass du es heute machst. Und die Körner flogen in. Hunter! Oh, das schweift ein bisschen. Und er versucht, den Keeper zu testen. Oh, er ist da! Historiker! Hunter! Er ist mit seinem 100. Karriere-Goll. Und was für eine Schönheit es war. Schönes Ding, kann man sagen. Ähm. Okay. Entschuldigung. Wir spielen also nochmal ein Spiel aus den 60ern. Interessanter Start. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, was so alles passiert ist. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, natürlich guter Rückblick. Aber der passt natürlich nicht zu unserem Let's Play. Weil wir haben uns ja von Michael getrennt. Und die Synchronsprecher haben ja keine deutsche Stimme gehabt. Ne? Das sind so kleine Details. Also ich... Ich hab die Befürchtung natürlich, dadurch, dass ich jetzt auf Deutsch eingestellt habe, dass die Sprecher jetzt nicht auf Deutsch reden. Ne? Das, äh... Will ich natürlich jetzt nicht haben. Also... Ich hoffe nicht, aber... Das ist mal ein interessanter Beginn, ne? Dass wir wieder so ein Spiel in den 60ern haben. Also... Back to the 60s, kann man sagen. Äh... Sehr, sehr cool. Schöner Start. Man hat ja auch bei... In dem letzten Journey hat man ja, ähm, so ein kleines Turnier, also ein kleines Spielchen gemacht mit so ein paar kleinen Kindern in, äh, Rio, bei den Favelas. Das war auch sehr, sehr cool. Ähm, deswegen finde ich hier auch ein cooler Start. Aber wie gesagt, dieses Trailer-Video, hätte man jetzt diese Rückblende gemacht, hätte ich zum Beispiel wenigstens den Cliffhanger nochmal gezeigt. Aber der passt natürlich nicht so ganz, weil, wie gesagt, wir haben uns ja von Michael, äh, getrennt. Ich hoffe, dass jetzt Michael nicht auf einmal unser Manager wird, weil wir haben uns ja von ihm getrennt, was ja eine Karriere-Bedeutende Entscheidung ist, ne? Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt nicht so ist, dass ich jetzt wieder mit Michael aus zu tun habe, weil, wie gesagt, wir haben uns ja von ihm getrennt. Aber gucken. Wir sind mal gespannt. Auf jeden Fall, ähm, mal sehen, wie es passiert. Aber da haben wir jetzt grob Highlights gezeigt, was bei, äh, The Journey passiert ist. Ja. Wir machen jetzt Liverpool gegen... Ist das Tor? Okay, zählt. Äh, ging mit dem Spiel überhaupt? Das weiß ich. Gut. Ähm, das ist mal ein interessantes Menü. Gut. Ich hätte jetzt... Äh, ich hätte jetzt gesagt, okay, äh, was ist jetzt, ähm... Ähm, was für ein Menü damals, wie FIFA damals gespielt wurde, aber in den 60ern gab's ja keinen FIFA. Kann man so viel schon mal sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man so nochmal in den 60ern geht, nochmal das spielen kann, nochmal Jim Hunter spielen kann. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, gerade, weil hier in der Story war Jim Hunter natürlich sehr, sehr erfolgreich. Eine Legende in Liverpool. Ähm, ja. Ja, und das will natürlich Alexander auch versuchen zu erreichen, eine Legende zu werden, wie halt Jim. Zwar nicht bei Liverpool, wir sind ja aktuell beim FC Bayern München. Und mal sehen, wie unser Weg da sein wird, ne. Also, klar, man weiß schon ungefähr, wo es hinausgeht, aber vielleicht wissen es manche, deswegen sage ich erstmal nix, äh, um den Spannungsgehalt natürlich zu schaffen. Ich empfehle euch natürlich auch, äh, wenn ihr noch nicht die beiden Journeys gesehen habt von, also, die ersten beiden Teile, die ihr jetzt nicht wirklich kennt, vielleicht das mal im Let's Play nachzuholen. Ah, da habe ich gerade jetzt das Time-Finish versucht, aber das hat nicht ganz funktioniert. Ich habe das nicht ganz geübt, ich habe das jetzt nur mal kurz mal ein bisschen gespielt, äh, und habe dann direkt dieses Let's Play gestartet, deswegen, also mit dem Time-Finish und so weiter. Das werde ich noch ein bisschen üben. Ähm, man muss ja alles reinführen, ist ja neu, das FIFA. Und da muss man sich ja immer ein bisschen reinfinden. Boah, starke Parade. Also, man muss so sagen, die Brutalität hat man auch gut wiedergespiegelt, weil ich sag mal, in den 60ern waren die Fouls jetzt nicht so streng, wie es heute so sind. Also, die Gesundheit wird natürlich viel, viel besser geschützt als damals, muss man so sagen. Also, wenn ich mich zum Beispiel an Zeiten erinnere, wie Pelé manchmal umgehauen wurde, also, ich habe die Doku von Pelé mal gesehen, wo ich mal gesehen habe, wie der umgehauen wurde und da teilweise überhaupt nicht gemacht wurde in dem Sinne, das ist natürlich irgendwo, wo man sagt, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, diese Brutalität. Aber hier hat man es hier ein bisschen wiedergespiegelt, was ich auf jeden Fall auch ein schönes Detail finde, die Brutalität. Also, wir können ja ein bisschen mit Fouls mal probieren, wie das dann geahndet wird. Vielleicht versuchen sie es auch hier. Na. Na, schade. Wart mal. Ah. Jetzt kriege ich keinen hin, umzutreten. Uns einfach mal zu demonstrieren. Boah, dann krätscht er in dem Moment. So, hol den Ball. Ja, ich wollte jetzt einfach mal den Ball geben, weil wir führen E4-1. Boah, dann fängt... Kennt ihr die Momente, wo ihr mal ein bisschen brutaler krätschen wollt und dann, äh... Ah. Komm. Irgendwie... Okay, er hat jetzt sowas gefoult. Ich wollte einfach mal eine gelbe Karte versuchen, aber irgendwie, das klappt nicht so ganz. Und wie gesagt, äh... Bei der Ecke war natürlich... Ich hab das jetzt erst im zweiten Versuch hingekriegt. Natürlich hätte ich es gerne im ersten Versuch hingekriegt, aber... Alter. Irgendwie... Komm, Jim. Boah. Schönes Tor. Schönes Tor. Aber wie gesagt, ich find's cool, dass man uns so nachgebildet hat, ne? Auch mit dem Dreck und alles. Das ist auch so ein schönes Detail, dass hier... Auf jeden Fall Fouls passiert sind. Die Spieler... Dreckig sind in dem Sinne. Und das find ich auf jeden Fall auch ein cooles Detail. Also, das gefällt mir auf jeden Fall, dass man auf diese... Äh... Kleinen Details auch achtet. Und wie gesagt, man hat auch ein bisschen die Brutalität ein bisschen wiedergespielt, wie es damals auch gab. Also, damals war, wie gesagt... War es nicht so geschützt wie heute. Also, auf die Gesundheit wird schon heute mehr geachtet. Meint man manchmal nicht. Wie gesagt, ist zwar nicht ganz hundertprozentig, aber... Es ist schon eher, weil, ich sag mal... Äh... Die Karrieren hätten dann... Oh, da... Dann fällt er noch nicht mal. Ah, jetzt. Gut, hat abgefiffen. Das war ein bisschen brutales Foul, aber gut. Ähm... So ganz kriegt man's nicht hin. Ah... Dieses Detail. Das spielt eine Rolle. Weil diesen Ball hat ja Alex Hunter, beziehungsweise jetzt hat ihn Kim Hunter. Äh... Und so weiter, ne? Das hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Das finde ich schön. Das ist... Das ist ein schöner Ursprung, wo man diese Geschichte... Wo Alex immer diesen Ball da drüber gegangen ist. Ähm... Oh, das ging jetzt... Sehr abrupt. Äh... Ja, abrupt ging das auf jeden Fall zu Ende. Ja, wir konnten auf jeden Fall ein Spiel aus den 60ern machen. Was sehr, sehr cool ist mit Jim Hunter. Hatten wir noch gar nicht gespielt. Äh... Finde ich sehr, sehr cool, dass man sowas gemacht hat. So ein kleiner Einstieg in Journey reinzukommen. Und vor allem diese Wichtigkeit dieses Balls, den wir in den letzten beiden Journey Let's Plays, beziehungsweise auch in den letzten beiden FIFA-Serien, wo es halt Journey gab, ähm... Gesehen haben, dass dieser Ball halt eine Bedeutung hatte. Das hat man auch natürlich gewusst, aber man hat es jetzt nicht selber nachspielen können, was wir heute in diesem Let's Play in der ersten Folge die Gelegenheit dazu haben. Weil mit diesem Ball hat Jim Hunter sein 100. Tor geschossen. Und diesen Ball hat er weitergegeben. Mit dem hat er direkt nach dem Spiel behalten, weil es für ihn sehr, sehr viel bedeutet. Und diesen Ball hat er weitergegeben an Alex Hunter, seinem Enkel. Und Alex hat auch den Ball an Kim Hunter gegeben. Also bleibt es halt in der Familie drin. Sehr, sehr cool. Äh... Ich wollte nur sagen, Kim Hunter ist die Halbschwester von... Äh, also Alex Hunters Halbschwester ist Kim Hunter. Wollte ich nur sagen. Nicht, dass er denkt, dass jetzt irgendwie Tochter in dem Sinne... Nichts falsch verstehen in dem Sinne. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man sowas gemacht hat. Einfach diese Bedeutung nochmal gezeigt. Das hatte ich erstmal gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hab gedacht, oh cool, spielen wir nochmal Jim Hunter. Bis mir eingefallen, okay, das hat doch einen Sinn, warum es das gespielt wurde. Und das macht es noch besser, das zu spielen in dem Sinne. Und finde ich ein sehr, sehr schönes Detail. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde, das war eine schöne erste Folge, um reinzukommen in Journey. Und ich bin mal gespannt, wie die nächsten Folgen sein. Wir sind ja wahrscheinlich mitten in der Vorbereitung. Der Saison Anfang wahrscheinlich, wieder eine Saison zu spielen. Auf jeden Fall ein schöner erster Einblick. Ich freue mich auf die nächste Folge, die wahrscheinlich noch am gleichen Tag kommen wird. Hoffentlich, wenn alles so gut klappt. Also ich mache es immer gerne, am ersten Tag zwei Folgen rauszauern. Und ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge ansteht. Seid dabei bei Journey Champions. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und ich wollte sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.